Wieder mit der nächsten Runde Batman. Das Spiel hat sich mir momentan angetan. Es ist halt so deprimierend, dass wir so viel liegen haben, aber man nur eins zur Zeit spielen kann. Und der Witz ist halt, bei Frauen sind es die Klamotten, bei Männern sind es die Videospiele. Es ist nie was da, auch wenn der Schrank voll ist. Ja. So. Oh, ich habe einen Stufenaufstieg. Ah, ein Punkt, alles klar. Äh. Letzte Übertragung. Ah, genau. Genau, jetzt bin ich wieder im Bilde. Oh, ja. Genau. Genau. Achso. Ähm. Ah, ah, ja, jetzt, jetzt, jetzt ist er schon da. Wie Bats all seine Leute. Das ist es ja. Ja, auf Unrecht hat die Version des Jokers nicht. Äh. Ah. Ähm. So, let's recap. Bomber is kidnapped, and let's face this problem dead. You're lying to loverboy wonder about it, and dear old Jim's marched off on his loaves to save the day. Ähm. Not your best day at the office, Bats. Something on your mind? Moment. Nein. So. Und den link der Batarang. Ach ja, das Ding ist schon hier. Oh, ja, das Ding ist schon hier. Barbara. Huh, es ist Win-Win. You think he's really gonna fix your nasty case of Joker-Ibis? Heh heh, not a chance. I'm chronic, Buzi. I'm lingering. We both know there's no cure for me. Do you remember when it was simple? Back in the old days when it was just you, me, a regular war against crime. But take a look, Bats, things change. Now it's just war, with you standing right back in the center. Uh. Of course, like with any war, there are actualities. It's inevitable, unavoidable. Like death. Well, maybe not death. I see your side steps, Adam. Good. Still, not all of us are so lucky. Remember, Talia? Of course you do. How could you forget a girl like that? All it took was one piece of lead to end your hopes of happily ever after. Heh heh heh. You blamed me, of course. But you were wrong. You put her in my cloth hands, Bats. Sure, she didn't do herself any favors, but it was you. You see, people trust you. They believe in you. They follow you into your war. And you, you are about to get them all killed. Oh, I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. So, let's get up. Okay. Let's get up. Weil dafür, dass sie darauf ausgebildet sind, zu wissen, wo ich bin, ist das ein ziemlich schwaches Bild, was die hier gerade abliefern. Du siehst, diese Leute, die denken, dass sie ihre eigenen Garten sind. Dammit, er weiß wirklich was er tut. Man fragt sich nur woher er das weiß. Man fragt sich auch noch besser, als ich erinnere mich. Es wird es noch mehr glücklich sein, als ich bin. Oh, und keine Angst, Barbruder. Was ist es besser, Kevin? Dammit, in der Kontrollgruppe. Show ihm was passiert, wenn er mit den Vos. Du bist nicht durch mich! Doch, tu ich! Doch, tu ich! Desklarieren, würde ich bin. Das ist nicht möglich. Du bist ikke mir so Bahnsteig. Du bist aber nicht. Das ist ein bisschen weg. Du bist jetzt weg. Du bist nicht weg. Nein, danke. Ach, Mist. Nein, nicht Healing. Ich hab's noch gesehen. Immer die Sanis ausschalten. Also außer in Situationen, wo die Sanis auf eurer Seite... Okay, es zieht an. Ah, alleine deswegen ist es nicht so schlimm. Ah! Ah! Ach, geil! Dass die Fliesen abfallen. So. So. Moment. So. Das stört mich, wenn der Stufenaufstieg da die ganze Zeit steht. Nicht gut für meine OCD. Wo, wo, wo. Okay, dann geh ich da nicht raus. Lässt du die mal in Ruhe? Wo, 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 wo. Oh, ja. So. Ich bin nur derjenige, der benutzt Live-Rounds. War das schon 8 dann auch noch? Ne. War das nur von vorne. War das schon alle? Das waren wir schon alle. Aber die Area ist doch clear oder nicht? Muss ich die Alarmglocke da ausschalten? Nein. So Quatsch. Okay Mann, fast übersehe ich. Irgendwas offensichtlich ist. So. 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 Time to rescue Oracle and make the Arkham Knight pay.